Heute verschickt sich Barry mit einem Koffer nach Madeira. Leute, das ist gerade nicht sein Ernst. Leute, schaut mal, ich bin schon am Buch auf. Leute, lasst auf jeden Fall alle ein Like da, weil Barry ist wirklich hier drin. Ey, Leute, ich bleibe einfach in der Tasche. Leute, er ist wirklich hier drin. Ich füge euch jetzt mal das Video ein. Oh mein Gott, Barry geht jetzt wirklich in seinen Rucksack rein. Leute, das ist nicht sein Ernst. Der kommt wirklich so mit nach Madeira. Aber guckt mal, wie gut er da reinpasst. Seine Schuhe hat er jetzt vergessen. Aber es ist egal, ist nicht so schlimm. Wir nehmen jetzt trotzdem mal die Tasche. So, boah, er ist richtig schwer. Hashtag Team Pink. Für immer, immer, immer. Hashtag Team Pink. Pink und Womax, unser Glück. Hashtag Team Pink. Ey, Jansel, voll cool hier. Ey, Barry, jetzt sei doch mal still. Wir müssen jetzt zum Flugzeug gehen. Leute, er ist richtig schwer. Barry, wie viel wiegst du eigentlich? Fast 100 Kilo, sieht man doch. Fast 100 Kilo. Ey, mein Rücken tut weh. Ey, naja, wir beide fliegen jetzt zusammen zu Lami. Los geht's. Und Leute, nicht vergessen, kommentiert diesmal mit Hashtag Sui. Let's go. Barry, hast du gehört Sui? Sui. Leute, ich muss jetzt auf jeden Fall zu meinem Flugzeug gehen. Ich werde jetzt von Berlin. Schaut mal, ich bin hier in Berlin. Leute, B-E-R. Von Berlin nach Madeira muss ich jetzt fliegen. Auf jeden Fall treffe ich jetzt Lami und Emily. Leute, ich glaube es einfach nicht. Ey. Bin ich eigentlich die erste YouTuberin, die deren Gesichter sieht? Oh mein Gott, da bin ich echt die glücklichste. Leute, bleibt auf jeden Fall alle dran. Es wird noch richtig spannend. Ich meine, hallo. Wir treffen heute Lami. Schauen wir mal einfach, was Barry so macht. Denn er hat da auch eine Kamera in sich drin. Ne, Barry? Ja. Jetzt zeigen wir mal, wie es bei dir drin aussieht. Ja, komm, zeig mal her. Okay. Ja, okay, Leute. Ich bin jetzt schon echt eine Weile jetzt hier drin. Also zum Glück habe ich mir noch trinken eingepackt, ne? Warte, ich tue mal jetzt das hier. Oh, Johnstel, nicht so viel wackeln, ja? Okay. Nicht so viel schütteln. Oh, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir gerade sind. Ja, okay, Johnstel, sag mal, sind wir jetzt schon am Flughafen eigentlich? Barry? Ah. Alles gut bei dir? Ja. Wir sind jetzt am Flughafen. Ey, wenn jetzt... Ey, bin ich zu laut? Ja, sind wir ein bisschen Guteschein. Oh mein Gott, Leute, ich muss leiser sein. Nicht, dass die uns irgendwie erwischen, ne? Weil ich will ja so ein Flugzeug, aber ich will ja auch Lamy treffen, Leute. Lamy, sui! Absch, Leute. Barry, wenn du etwas willst, dann versuch mal ein bisschen lauter und deutlich mit mir zu reden, okay? Ja, kannst du vielleicht mal ganz kurz oben aufmachen? Äh, dein Ernst? Ja, bitte. Oh, Leute, ich mach jetzt wirklich auf und Barry ist hier drin, ja? Barry! Leute, was macht denn denn da drin? Ja, so, Leute, jetzt habe ich mich auch Prime eingepackt, ne? Ey, wisst ihr, eigentlich darf man hier ein Flugzeug nicht mitnehmen, heute. Aber ihr wisst ja gar nicht, dass ich dabei bin. Wisst ihr, was ich meine? Boah. Ja, Leute, es ist echt warm hier drin, ne? Barry, Barry! Ey, was? Wir sind schon durch die Kontrolle durch. Ey, wirklich? Haben wir es schon geschafft oder noch ein bisschen kritisch? Wir sind ein bisschen kritisch, ja. Okay. Ey, haben die uns entdeckt oder was? Leute, auf jeden Fall habe ich auch was für Lamy mitgebracht. Schaut euch mal das hier an. Der hat einfach von mir blaue Takis und so blaue Spielzeuge. Leute, ihr wisst doch, Lamy's Lieblingsfarbe ist blau. Und natürlich habe ich auch was für Emily. Leute, einfach eine pinke Kosmetik-Tasche mit richtig vielen pinken Sachen und auch blaue Takis. Warm und stickig hier drin und Jazzy kann jetzt nicht über den Reißverschluss aufmachen vom Rucksack. Schau mal, was ich mir mitgenommen habe. Aqua-Spray. Aqua bedeutet ja auch Wasser. Und ja, damit jetzt hier auch nicht immer nur Prime trinke. Wisst ihr, Leute? Das ist so Wasser, das ich mir jetzt so raufmachen kann. Und dann wird es auch immer richtig schön kühl hier drin. Könnt ihr das sehen? Ich mache jetzt Aqua. Leute, könnt ihr eigentlich unser Flugzeug sehen? Wir warten jetzt darauf. Schaut euch mal an. Ja, ja, das ist der da hinten. Ein anderer fliegt irgendwie nicht nach Madeira. Egal. Wisst ihr, Hauptsache Barry ist dabei. Wir sehen Lamy gleich. Das ist doch alles perfekt, Leute. Ich freue mich schon. Geht die Sonne eigentlich gerade unter? Wow. Ey, bin ich zu laut? Bin ich zu laut? Wir sitzen gerade in der Business-Klasse. Ey, krass. Barry fliegt einfach Business-Klasse, Mann. Also ich bekomme nicht so viel mit davon. Aber einfach, Barry fliegt Business. Was ein Business-Man, Barry, ey. Hier drin fühlt sich das ehrlich gesagt nicht so Business an. Aber ganz ehrlich, wer nach Madeira will und wer Lamy sehen will, Leute, der fliegt auch mal Tasche-Business, ne? Leute, ich höre gerade. Ich muss schnell zum Flugzeug. Sonst fliegt das Flugzeug ohne mich los. Okay, Leute, los jetzt zu meinem Gate. Jetzt müssen wir laufen. Oh mein Gott, wo ist mein Gate überhaupt? Leute, nicht, dass ich jetzt gleich zu spät komme. Oh mein Gott, Leute. Schaut mal, was für ein schöner Sonnenuntergang. Wow, Emily, Lamy, ich komme jetzt. Guck mal, hier ist mein Flieger. Voll cool. Wie geht es eigentlich, Barry? Leute, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier drin so ein bisschen wackelt. Wow, habt ihr gerade gesehen? Alles läuft hier gerade so ein bisschen schief. Ich glaube, wir haben ein paar Turbulenzen im Flugzeug. Wow. Ey, die Anzahl haben wir Turbulenzen. Ey, bin ich zu laut? Ey, Leute, die Leute gucken schon, weil Barry und Lort in der Tasche sind. Da oben ist auf jeden Fall Platz für Barry. Ich muss ihn jetzt da hoch machen, Leute. Ich bin jetzt schon im Flieger. So. Barry, du kommst jetzt nach oben. Ach, Leute. Ich glaube, das Flugzeug hebt jetzt gerade ab. Oh mein Gott, das fühlt sich richtig krass an. Oh. Ey, der Flieger hebt ab. Barry fliegt das erste Mal Flugzeug. Leute, er ist jetzt da oben. Und er muss jetzt dort bleiben. Wenn ihr wollt, dass Barry auf dem Rücken fliegt, Business fliegt und Jancel in den Koffer geht, dann liked jetzt einfach mal dieses Video. Und dann machen wir mal einen Tausch von dieser Geschichte. Ey, Leute, ich bin jetzt einfach in Madeira. Ich bin jetzt schon in meinem Hotel eingecheckt. Und ja, Barry ist immer noch in der Tasche. Wisst ihr, wann er erst rauskommt? Erst wenn Lamy kommt. Lamy wird die Tasche aufmachen, Leute. Das wird richtig krass. Barry, bei dir eigentlich alles gut bis jetzt? Ja, ja, ein bisschen heiß, aber ich freue mich auf Lamy. Ey, es ist richtig schönes Wetter draußen. Ja. Ich bin jetzt mal kurz zum Pool. Ja, bring mich mal zum Pool. Ey, Leute, lasst doch auf jeden Fall alle einen Like für Barry da. Er ist einfach so ein Ehrenmann. Ey, Jancel, du bist ja jetzt gerade in der Business Class. Denkst du, du kannst für mich so einen Eistee bestellen? Ja, das kann ich machen. So einen kalten Pfirsich-Peach-Eistee. Was? Aber Leute, ich werde nicht Barry, wenn ich nicht alles durchziehen würde. Das heißt, wir machen jetzt einfach wieder Aqua Spray. Könnt ihr das sehen, Leute? Aqua Spray. Und das sprayen wir jetzt hier in unser Krümel-Tee. Könnt ihr das sehen? So, und jetzt Pfirsich-Eistee ist es geworden. Boah, Leute, schaut euch mal an, wie schön das Ganze hier ist. Ich bin einfach auf einer Insel. Boah, Leute, guckt mal. Ich habe sogar einen Pool hier. Und nicht nur das. Dahinter ist auch einfach Lamy's Insel. Leute, schaut mal. Das ist einfach kein Greenscreen. Das ist einfach echt. Seht ihr das? Wir sind wirklich in Madeira. Oh mein Gott. Barry ist immer noch in meinem Rucksack. Ey, hier sieht es richtig cool aus. Und auch richtig schönes Wetter, muss ich sagen. Also, Lamy holt mich jetzt ab und danach kommt da auch Barry raus. Und ey, ich werde einfach Lamy's Gesicht sehen, Leute. Ich kann es immer noch nicht glauben. Noch nie hat jemand sein Gesicht gesehen. Und nicht nur Lamy. Emily ist ja auch da. Richtig krass, Leute. Ich bin richtig aufgeregt. Habe ich die Geschenke mitgenommen eigentlich? Ey, Barry, sind da eigentlich die Geschenke drinne? Ja, die sind doch bei mir in der Tasche. Ah, okay. Also, ach so, du bist mit den Geschenken drinne? Deswegen habe ich so wenig Platz hier drin. Ey, das tut mir voll leid, Leute. Barry hat richtig wenig Platz da drinne. Egal, er ist voll süß. Das erste, letztes Tag. Danke sehr. Oh mein Gott, Leute. Lamy hat sogar jetzt schon den Rucksack. Hi, Lamy. Hallo. Warte mal, hier soll jetzt Barry drin sein? Ja, genau. Barry ist jetzt da drinne. Barry, bist du da drinne? Ja. Nicht so viel schütteln, nicht so viel schütteln. Sorry, Barry. Ja, dann schießt du Barry weh. Okay, ich mach jetzt auf, ja? Okay, mach mal auf. Barry, ich öffne dich. Oh mein Gott. Barry. Lamy. Sui. Sui. Leute, das war's vom Video. Und natürlich ist das nicht echt, Leute. Barry war nicht in der Tasche. Leute, habt ihr das echt geglaubt? Barry ist nicht in der Tasche geflogen. Er hatte einfach einen eigenen Sitz. Ey, voll lustig. Die Szene im Rucksack, die hatten wir zu Hause vorgedreht. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst alle ein Like da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal habe ich ein Video mit Lamy zusammen. Tschüssi.